Herzlich Willkommen zu diesem Tag. Wie praktisch. Guck mal, wer hält die Kamera? Ich hoffe, da ist es nicht zu laut mit dem Fenster. Wir haben schon Freitag. Wir bekommen heute Abend Besuch. Seht ihr dann nachher. Ja, die Arbeitswoche war sehr abwechslungsreich. Ich hatte viele coole Termine. Heute war ich zum Beispiel beim Paartherapeuten. Nicht wegen unserer Beziehung. Meine Schwester hat direkt geschrieben, ja, das ist auch besser für euch. Nein, und zwar ging es da ums Thema Urlaubsflirt, also Urlaubsliebe und Wiesnflirt, weil bald fängt ja das Oktoberfest wieder an in München. Und ja, der hat dann gesagt, ja, Wiesnflirt, das wird definitiv nichts. Also da kann man nichts Festes suchen, keine Familie gründen und so. Und ich saß da so, mhm, mhm. Also falls es jemand nicht weiß, Robert und ich haben uns auf der Wiesn kennengelernt. Ja, gut. Naja, wir werden jetzt hier so ein bisschen Halligalli machen. Ich habe gerade schon ein bisschen Stamm geputzt und Bettzeug frisch bezogen und so. Ich muss jetzt saugen, Robert macht das Badezimmer. Vielleicht. Ja. Doch. Und... Und dann gehen wir einkaufen und dann ist es hoffentlich auch schon soweit, dass unser Besuch kommt. Dann gibt es nämlich auch unter anderem Käsespitzle. Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Lecker. Schmackofatz. Du hast ja voll die Schminke verschmiert. Echt? Warum sagt mir das denn keiner? Weil ich gerade erst gesehen habe. Seitdem, was die Steine ist. Also ich habe ja gesagt, dass wir heute Besuch bekommen. Und jetzt, Spannung steigt, zeige ich euch, wer bei uns ist. Die Anzina! Und der Dennis! Und der Pios! Also die Anzina kennt ihr ja mittlerweile, ne? Aus diversen Videos. Yeah, yeah! Wir spielen jetzt Karten. Die sind auch nur so groß wie mein Gesicht. Kopfgröße. Wie meine Haare. Können wir nicht mal einen Kartentrick damit machen? Werken Sie sich diese Zahl? Dass. Hückel. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ratet wo wir sind. Im Tierpark Hellerbrunnen. Wir waren jetzt gerade schon bei den Giraffen. Es ist mega heiß. Ich glaube wir haben 50 Grad in der Sonne. Mindestens. Aber wir schlendern jetzt hier durch den Zoo und dann gehen wir später noch an die Isar. Oh ja und in die Isar. So. 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 Wir waren ja im Zoo und dann im Olympiapark. Ach ja, genau. Abends waren wir dann noch im Olympiapark. Da war dieses Sommerfestival, da habe ich vor zwei oder drei Jahren mittlerweile das Video gedreht. Einmal Sommerfestival. Aber im Prinzip waren wir nur da, also die drei haben was gegessen. Ich eigentlich dann nicht. Aber ja, ich hatte auch keinen Hunger. Ja, wir hatten ein, wie hieß das? Kartoffeldaci. Raibadaci. Also quasi Kartoffelpuffer, weil die Hülle und innen drin war dann Feta. Feta, Oliven und getrocknete Tomate. Voll geil. Das habe ich auch schon mal gegessen vor ein paar Wochen. Kurz einen Blick zum Robert, aber er hört, glaube ich, gar nicht zu. Hey. Hey, ho, hey. Jetzt fahren wir gleich erstmal in die Stadt, bisschen Zeit ziehen und dann gehen wir schon wieder was essen. Hey, haben schon lange nicht mehr gegessen. Ich bin vor einer Stunde gefrühstückt, aber hey. Naja. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit, hoffentlich. Muss halt ein bisschen dran denken. Ja. Tschüss. Tschüss. Ein typischer Sonntagnachmittag bei uns. Mach's das. Mach's das. Jetzt, Schatz. Mach bitte. Und meine Haare so. Ja. Ja, ich bin. Hö, ich bin. Ich bin Söge. Ich bin Söge. Ich bin Söge. Mann, Mann. Hahahaha da laufen sie ich filme euch